An wie viel haben Sie denn gedacht, Frau Meininger? So 2000, 3000 vielleicht? 1000, maximal. 1000. Sie können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber meine Waschmaschine ist kaputt. Und ich brauche neue Reifen und noch so ein paar Sachen. Doch, kann ich mir vorstellen. Aber vor einem halben Jahr saßen wir genau in der gleichen Stelle. Und es hat sich nichts geändert. Sie wollten sich doch einen besser bezahlten Job suchen. Ja, würde ich auch gerne, aber das ist nicht so einfach im Pflegebereich. Und da kann man auch nicht einfach weg. Also, Sie haben da in diesem Altersheim... Pflegeheim. Wie? Das heißt Pflegeheim. Ja, in diesem Pflegeheim 1600 brutto. Was ist daran so besonders? Ich meine, da können Sie doch woanders leicht mehr verdienen. Das ist das Besondere. Das ist das Besondere. Auch wenn, da können Sie doch. Ja, in diesem Pflegeheim. thing after I will perché, Ich sehe das einen Cенного. sondern im hitchkrut heraus. Und das ist dann, das meEEEEEEN. Vielen Dank.